Are you listening? Damn! Yeah! Guten Morgen! Ich dachte, ich nehme euch die Tage mal ein bisschen mit, weil heute ist Freitag, letzter Schultag und dann ist Wochenende. So, wir setzen uns jetzt mal ein bisschen an! This is Sarah. This is Heise. Heise Sarah. I don't know, just face of it. I don't know. Say hello to the Challenge. No Germans here. Sie ist aus Italien, sie ist aus Russland, sie ist aus Italien, woher du bist? Deutschland. Was? Oh, ich wusste das nicht. Wo ist das? Ja, aus Deutschland. Aus Deutschland. So, wir haben eine Pause jetzt. Vielleicht, ich sollte mehr Englisch sprechen. Diese Vlog ist wie Englisch und Deutschland. Ja. Okay Leute, ich weiß, wo ich bin. Okay, Maxime, übernimm das, das eben. Ich bin in Londen mit Louisa. Und wenn ihr die Video gesehen habt, rappelez-vous, dass ihr abonniert habt. Okay Leute? Ja. Okay, two, one, go! Give me that pen back. Das ist disgusting. Das ist mein Vater. Er war ein meiner Lieblingsstudenten. Ich würde gerne sagen, er war. Er ist wie jemand, den ich wusste. Wo ist ihr? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wir gehen zum Schaden. Auf der Seite. Auf der Seite. Auf der Seite. Right? Ich bin Italien. Ich bin Russisch. Wir gehen zum Schaden. Wir gehen zum Schaden. Wir stehen zum Schaden. We just got some delicious food, do you want to sit down? Wait. Okay. A small portion with Nutella and strawberries. We are at Starbucks now. What do you have? Dappuccino. I have an iced chai tea latte. We did some shopping. Yeah. Yeah. I always buy a vinyl plate when I'm in London. But in my outfit, it's like a tradition here in Camden. So, we are going to the Hyde Park. We are waiting for the two. Hello everyone! Hello! Hello! We are in Hyde Park. And we are doing a small boat tour. We had a pretty relaxing day. We are going to crush them. Oh my! Oh man! Oh man! We are in my position. It looks pretty comfortable though. You can work. Oh yeah! Okay, I will do the work. You can just relax. So, I just came in. Sarah and I are now at Harrods. I bought a bag. I bought a show. And at the M-Artfitters, I have already shown you. I bought a vinyl plate from Ray Srammert. Good morning first. Then we meet Sarah and Natsumi. We are going to the National Gallery. I am ready. I think I will buy a small shop and then I will go on. We are now eating. With Natsumi and Sarah. They will get fish and chips. Where are we going? The London Dungeon. Oh yeah! Rolling the streets. Stop interrupting the video! Look! Look! Are you SUCKS OFF?! White wine! Smell the wine! What kind of aftershave are you using? Can you feel the rhythm? The rhythm? The rhythm. It doesn't make any sense, but okay. Can you feel the rhythm? What are you talking about? Do you know the problem? If we eat french fries with mayonnaise, what is already for the chicken fingers? Just take an ice cream. It's about to cook your hands. Yeah! Can you feel the rhythm? Flip, 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 flip. Thank you. Can you feel it? If you don't have a child, just use the face of your name. White slurge. Japan. Italy! Japan. Japan. Mateo. Is friends. We remember only Mateo. Where are we? We are on the rooftop in a restaurant. In Natsumi! Data. Oh sorry, Mateo, you wanna say something? Das ist mein letzter Tag, das ist Misa im Bargette. Ja, das ist unser letzter Tag. Konkichimaa! Kommt alle nach London. London ist so schön. Es schauen echt viele von meiner Schule auch zu. Die können alle kein Deutsch. So, für alle, die Englisch und kann alles dann Deutsch. Das ist der Ende des Vlogs. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. So nice to meet you all, guys.